Ich spiele sehr gerne Fußball. Du hast auch im Verein Benzeman oder Lewandowski. Benzeman, ne? Nein. Ja, die IKR, hervorgegangen aus der Industrie, Kraftwerk, Rohrleitungsbau Bitterfeld. Wir beschäftigen uns ja vom Kerngeschäft her mit dem Rohrleitungsbau in verschiedensten Bereichen. Das geht von großen Raffinerien im petrochemischen Bereich über die bekannten Chemieunternehmen, wie man in Deutschland so kennt. Ja, wir befinden uns hier gleich in einer Ausbildungswerkstatt. Wir haben hier, ich zeige mir auf das Bild hier, so einen Werkstattplan. Unser Standort ist jetzt hier und es ist eingeteilt in einzelne Werkstätten. Azubi-Programm ist ein Oberbegriff. Es heißt eigentlich Ausbildung zum Anlagenmechaniker Anlagenbau. Und der ist bei uns gestaffelt vom ersten bis zum vierten Lehrjahr. Ja, das heißt, er hat 18 Module, angefangen von der Metallausbildung bis zur IHK-Prüfung. So, Stationen hier. So viele Stationen. So viele Stationen. Wir gucken hier mal durch. Und zwar, wir haben mal einen Ausschnitt gemacht, hier für unseren Anlagenmechaniker, welche Stationen er eigentlich durchläuft und haben nur einzelne Übungen mal vorgestellt. Ich sage mal so, er hat hier die Metallausbildung mit Bohren, Senken, allem was dazu ist. Ich habe es mal hier, da haben wir es ja soweit, wo man sagt, das ist jetzt WIG-Schweißen, ja, am normalen Stahl. Und hier hat er jetzt, in dem Falle ist jetzt die Übung 5 zum Beispiel, die Rohrabmessung. So, das Rohr hat er hier zu verschweißen, WIGs zu verschweißen. Ja, das ist erstmal WIG. So viel Spaß. Ja, sollte ja, Arbeit ohne Spaß macht keinen Spaß. Stimmt? Ja. Und hier das Mitte, das brauchen wir noch, das Maß. Und auch hier ein Detailstück. Das nochmal messen. Axel. Ja. Ich selber war jetzt über 32 Jahre auf Montage, europaweit, und möchte jetzt mein gesamtes praktisches Wissen, was ich mir auch über diese Zeit angeeignet habe, den Lehrling mit zu vermitteln. Na, ich baue Formstücke zusammen, trainiere halt am Rohrtrainer und lerne halt viel über Rohrleitungsbau. Na ja, ich begebe mich dann zu meinem Arbeitsplatz, gucke halt, dass alles am Arbeitsplatz vorhanden ist, dass ich alles habe, gucke halt, dass alles an ist, dass ich anfangen kann, mein Schweißgerät an ist, meine WG-Nadel angeschliffen ist und ja, dass ich dann anfangen kann zu schweißen. Man lernt hier viel und man kommt halt raus und ja, das ist halt individuell. Ich könnte jetzt mehrere Sachen machen, aber das muss halt der Chef entscheiden. Wenn der Chef sagt jetzt, Gazi, du musst schweißen, dann schweißen. Gazi, du musst Druckprobe machen, dann muss ich Druckprobe machen. Du lernst das Schweißen, sag ich mal. Du lernst neue Leute kennen. Man hat die Erfolgserlebnisse, wenn man immer so sieht, alle drei Jahre lernen junge Leute aus oder dreieinhalb Jahre und das ist natürlich, wo man sagt, man hat sein Tagwerk hier erfolgreich absolviert und die Ratschläge, die Hinweise, die werden dankend angenommen und das ist natürlich eine Motivation, ob das neue Ausbilder sind, weil der andere vorher in Rente gegangen ist oder so und das ist natürlich sehr wertvoll, wenn ich meine Erfahrung übertragen kann und der diese Erfahrung in der Ausbildung mit allen beziehen kann.